Servus Witcher Freunde! In diesem Video will ich euch nochmal die Mod näher bringen, die heißt Debug Console Enabler und dort kann man ja jetzt die Konsole im Spiel öffnen und Befehle eingeben. Es gibt schon in dem Spiel um die 1000 Befehle, die man im Spiel eingeben kann, um irgendwas zu bekommen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, ich habe welche rausgesucht, wie man zum Beispiel Geld bekommt und Erfahrungspunkte. Falls ihr Hilfe braucht, wie man diese Mod installiert oder in den richtigen Ordner reinschiebt, verlinke ich euch hier oben jetzt ein weiteres Video von mir, dort ist schon alles erklärt, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr euch schon mit den ganzen Mods auskennt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu der Seite. Wenn ihr dann die Mod installiert habt, dann könnt ihr einfach mit F2 die Konsole öffnen, ihr seht es gerade hier bei mir und es gibt Y und Z, sind vertauscht auf der englischen Tastatur, da müsst ihr aufpassen. Und einmal die Klammern sind ebenfalls vertauscht, da müsst ihr nicht 8 und 9 drücken, sondern 9 und 0. Ja, wir können dann einfach anfangen mit diesem Mod. Ich öffne jetzt hier einfach nochmal die komplette Zeile mit F2. Wir fangen mit dem Geldmod an. Ihr habt gerade gesehen, ich hatte 24.000 Gold und ich schreibe jetzt hier einfach rein Add Money und dann machen wir da nochmal die zwei Klammern hinten ran und könnt einen beliebigen Wert reinschreiben, was ihr wollt, ob ihr jetzt 1.000 reinschreibt oder 50.000, das ist scheißegal. Schreibt einfach einen Wert rein, was ihr an Gold haben wollt. Ich schreibe jetzt 5.000 rein und dann seht ihr jetzt gleich, habe ich keine 24.000 Gold mehr, sondern 29.000 Gold. Wir können gleich mit dem nächsten Befehl weitermachen und zwar dem Add XP. Da auch wieder die zwei Klammern rein machen. Jetzt habe ich hier gerade selber mich ausgesehen verdrückt. Hier kann man dann auch einfach 2300 reinschreiben, dann wieder Enter drücken und schon seid ihr eine Stufe aufgestiegen. Jetzt kommt eigentlich dieser nützlichste von den ganzen Befehlen, finde ich selber. Jetzt muss ich aber erstmal den reinschreiben, den man überhaupt nicht haben will und zwar Make It Rain. Und dann wird es jetzt gleich regnen. So und jetzt kann ich Stop Rain, das ist eigentlich der wichtigste Befehl, den benutze ich eigentlich immer, weil ich habe nie Bock im Regen zu laufen, wenn es auch dunkel ist. Sieht einfach scheiße aus, ich habe es viel lieber, wenn das Spiel hell ist und wunderschönes Wetter ist. Ich habe mir dann noch einen Drangbefehl jetzt hier rausgesucht, aber ihr könnt wirklich alles mögliche im Spiel einfügen. Es gibt wie gesagt 1000 Befehle und da könnt ihr eigentlich alles wiederfinden, aber es funktioniert auch nicht alles. Und ich habe jetzt hier diesen Add Mood Takens, ich hoffe mal ich habe es so richtig englisch ausgesprochen. Und wenn ihr den eingebt, findet ihr euch im Inventar wieder. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr dann ins Inventar kommt, hat dieser Befehl auf jeden Fall funktioniert. Und wir sehen hier ganz unten links die ganzen Tränke. Gehen wir dann ins Inventar rein und dann sehen wir hier alle Tränke fein säuberlich oben aufgelistet und wir können sie beliebig verbrauchen. Das war jetzt hier eigentlich der kurze Überblick. Von mich ist eigentlich der Stop Rain der wichtigste Befehl, dass immer gut Wetter ist. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao, haut rein. Bis zum nächsten Mal.